Hallo zusammen, hier findet ihr meine neueste Häkelfigur, ein kleines Einhorn. Das Horn hat hier oben ein bisschen Gold noch im Horn eingearbeitet, ein paar Goldfäden, schwarze Perlen als Augen und ganz viele bunte Strähnchen als Mähne und den Schweif. Und das tolle an dem Einhorn ist, man kann es super verschenken. Da ist ein Überraschungsei drunter und da kann man ein kleines Geschenk rein machen oder ein paar Süßigkeiten und das ist eine super Geschenkidee. Und wie ich das gemacht habe, das war nicht meine eigene Idee, das habe ich aus einem Buch und dieses Buch, das Häkelbuch dafür, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das kaufen und das auch mal selbst ausprobieren. Viel Spaß dabei! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!